liebe marlene ich wollte dir einmal ganz ganz herzlich danken für alles was du für mich getan hast das war sehr viel mehr als ich erwartet habe ich habe eigentlich erwartet dass du mir eine webseite gestaltest und ein logo beides habe ich bekommen und mit beiden bin ich wahnsinnig zufrieden genau das was ich mir vorgestellt habe und ich habe aber noch sehr viel mehr von dir bekommen du hast mich auf meinem weg mit der waldkomplizin von anfang an begleitet und hast von anfang an ganz genau verstanden was ich will und hast das wie aus meinem kopf raus visuell übersetzt und ich glaube das sind fähigkeiten die man gar nicht lernen kann also dass du eine hochkompetente designerin bist und die sachen einfach wirklich top aussehen das bestätigt mich mir auch das feedback das ich gekriegt habe von überall aber was da noch viel mehr dahinter steckt deine menschlichen fähigkeiten deine emotionale intelligenz dein einfühlungsvermögen das ist unbezahlbar und das habe ich noch nie so gefunden bei jemandem mit dem ich zusammengearbeitet habe ja also vielen 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 dank und alles gute dir und ich hoffe sehr wir bleiben in kontakt weil du bist mir wirklich auch ans herz gewachsen in dieser zeit ein ganz lieber gruß aus berlin zu dir und hoffentlich bis bald tschüss